Ja, hallo Leute, wir sind nicht irgendwo im lustigen Survivor Editor, nein, wir sind, ihr hört es an der Musik im Hintergrund, wir sind bei 7 Days to Die und zwar in der Alpha 10.0, endlich ist sie da. Hat bei mir ein bisschen gedauert, bei meiner scheiß Leitung der Download, aber ein kompletter Charakter Editor. So, ja, ich gucke jetzt mal hier rudimentär rein, es interessiert mich eigentlich so wahnsinnig nicht, ich finde es nur geil, dass endlich mal, oh ja, ein kleines Bäuchlein, ich finde es nur geil, dass endlich die Klamotten, die man am Leibe trägt, auch richtig angezeigt werden, sodass man da eine Unterscheidungsmöglichkeit schon hat. Wow, und der hat echt Wasser in der Bar, oh, das ist gut, das ist gut, das ist super, äh, nee, Moment, nee, das ist nicht gut. Wie kann ich denn, Leute, äh, habe ich gesagt, das braucht man nicht, das ist ein Muss, guckt euch das an. Also, wirklich, ich hätte das nicht gedacht, dass das so spaßig ist. So, ähm, ja, nee, äh, wo ist denn, wo ist denn hier? Nase, Kopf, Horn, ah, ihr, so, Chin, ja, Chin muss schon sein. So ein Eisenkiefer, so Upper Muscle, Ach, nee. Ja, 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 auf jeden Fall. Hand Size, ganz groß. So, äh, Leg Separation. Ja, Leute, wenn ihr selber so scheiße aussieht wie ein Zombie, dann tun die euch gar nichts mehr. Da, der Arsch, ich kann den Arsch, Moment. Ja, oder wie sieht's ohne aus? Nee, so laufen die Leute, so laufen die, äh, Kerle heute rum. Mit den Hosen, ähm, in denen kein Arsch mehr zu sehen ist. So, Belly. So, Leute, jetzt kommt ihr. Äh, Neck. Hat er einen Nacken? Ja, komm, Neck brauche er. Chin Position. Waist, ja, klar. Ich mag ihn. Entschuldigung, der Schweinebär, man. Oh, ne, Scheiß. Äh, ne. Äh, ich flipp aus. Wenn alles so geil ist, an der 10, 0. Ah. So. Nee. Nee, nee, nee. Ja, das muss wieder groß sein wie bei Popeye. Ja, das ist schon gut so. Ich finde, das ist schon gut. Rampensau. Das zähl ich mal. So sieht's aus. Und ich zeige euch auf jeden Fall noch In-Game-Szenen mit Rampensau. Aber ich muss ganz kurz meine Tabletten nehmen, sonst dreh ich hier komplett durch. War ein kurzes Video um den Charakter-Editor. War sehr lustig für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr guckt auch sonst wieder rein hier 7 Days to Die. Demnächst in 3er-Kombi, hoffe ich doch, mit Beta Railgun und mit dem Hamsen. Seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank.